Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Wetter Deutschland, Regen im Süden, Wind im Norden, 14,24 Grad. Wetterbericht für Deutschland, Wolkenformationen, Temperaturtrends, Windverhältnisse und künftige Aussichten. Das Wetter in Deutschland zeigt sich derzeit von seiner wechselhaften Seite. Aktuell dominieren vor allem dichte Wolkenfelder den Himmel über großen Teilen der Republik. Aber nicht nur die Wolken, auch die Temperaturen und die Windverhältnisse tragen zu einer vielseitigen und dynamischen Wettersituation bei. Wolken- und Niederschlagswahrscheinlichkeit Laut deutschem Wetterdienst DWD dominieren in vielen Regionen Deutschlands dichte Wolken. Insbesondere im Norden und Westen des Landes sind die Wolkenfelder besonders weitläufig, was die Sonneneinstrahlung erheblich reduziert. In einigen Gebieten können sich auch vereinzelt Schauer und kurze Gewitter bilden, die örtlich begrenzte Niederschläge mit sich bringen. Im Süden Deutschlands wechseln dagegen Wolken und sonnige Abschnitte ab, wobei auch hier gelegentliche Schauer möglich sind. Es gibt erhebliche regionale Unterschiede in den Temperaturen. Im Norden und Osten Deutschlands pendeln sich die Tageshöchsttemperaturen bei milden 15 bis 20 Grad Celsius ein. In den westlichen und südlichen Teilen Deutschlands sind hingegen sommerliche Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius zu erwarten. Besonders in Bayern und Baden-Württemberg kann das Quecksilber sogar die 30-Grad-Marke überschreiten, was für Anfang Juni ungewöhnlich warm ist. Gemäß einer Vorhersage des DWD werden die Nächte im ganzen Bundesgebiet recht kühl sein. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 7 und 13 Grad Celsius. In den höheren Regionen der Alpen und Mittelgebirge kann es sogar noch kälter werden. Was die Windverhältnisse betrifft, sind die Bedingungen auch regional unterschiedlich. An den Küsten der Nord- und Ostsee weht ein mäßig bis frisch aus westlicher Richtung. Hier kann es auch zu Böen kommen, die Geschwindigkeiten von bis zu 60 km per h erreichen können. In den Binnenregionen weht hingegen meist ein leichter bis mäßiger Wind, der kaum Einfluss auf das Wettergeschehen nimmt. Für die Bergregionen der Alpen und Mittelgebirge hat der DWD eine Sturmwarnung herausgegeben. In höheren Lagen sind kräftige Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km h zu erwarten, was insbesondere für Wanderer und Bergsteiger gefährlich werden könnte. Hier wird empfohlen, geplante Outdoor-Aktivitäten zu verschieben oder entsprechend Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Immer wieder wird es sonnige Phasen geben, besonders im Süden des Landes, die für einen freundlichen Wechsel sorgen können. Die Temperaturen werden weiterhin regional unterschiedlich sein. Im Norden und Osten bleiben sie moderat, während im Süden und Westen sommerliche Temperaturen herrschen können. Eine ausgeprägte Hitzewelle ist jedoch vorerst nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den kommenden Tagen eine erhöhte Schauer- und Gewitteraktivität. Besonders am Wochenende könnten örtliche Schauer auftreten, die von kurzen, aber kräftigen Regenfällen begleitet sind. Für alle, die in dieser Zeit Outdoor-Aktivitäten planen, ist es ratsam, einen Blick auf die aktuellen Wetterwarnungen des DWD zu werfen. Alles in allem zeigt sich das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen von seiner vielseitigen Seite. Während dichte Wolken und regionale Schauer vielerorts das Wettergeschehen dominieren, bieten sonnige Abschnitte und mildes bis warmes Wetter durchaus angenehme Phasen. Quelle Deutscher Wetterdienst, Autor Anita Farke, Datum Samstag, 8. Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.